Was ist IT-Sachs für uns eine ganz spannende Angelegenheit aus mehreren Gründen? Einmal ist es eine regionale Community von IT-Dienstleistern, zu denen wir uns auch zugehörig fühlen. Wir verstehen uns auch als IT-Dienstleister mit einer ganz speziellen Spezialisierung im Bereich Personal. Wichtig ist uns auch, dass wir den Bewerbern im Rahmen der Community auch die Chance bieten, Jobs innerhalb der Region zu finden. Interessante Jobs innerhalb der Region zu finden. Wir verstehen uns als zusätzliches Bindeglied zwischen den IT-Fachkräften oder Fachleuten in der Region und den Firmen in der Region. Die Community ist dort eine sehr günstige Gelegenheit, das umzusetzen. Die Ergebnisse gehen in zwei Richtungen. Das eine ist, wir haben sicher noch mal uns als regionaler Spezialist im Bereich der IT profilieren können. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir hier am regionalen Markt auch eine entsprechende Wahrnehmung erzeugen. Zum anderen ist es auch so, dass wir haben, die Bewerbungen, die wir bekommen haben, waren sehr qualitativ hochwertig. Und wir konnten von den Bewerbern, die wir über das Portal IT-Sachs bekommen haben, einen relativ hohen Prozentsatz einstellen. Wir haben also etwa ein Drittel der Bewerber haben wir dann auch entsprechend einstellen können. Das ist, ich sage mal, doch eine sehr hohe Qualität auch an Bewerbungen, die wir bekommen haben. Das ist, ich sage mal, doch eine sehr hohe Qualität auch an Bewerbungen, die wir bekommen haben. Das ist, ich sage mal, doch eine sehr hohe Qualität auch an Bewerbungen, die wir bekommen haben.